und willkommen zu einer neuen runde forst endlich mal wieder hier bei cni gaming lange nicht dann lange keine zeit und ist lange uneinig gegen der zeit und jetzt sind wir wieder hier ja wir fangen jetzt an robert ist schon ganz gespannt wie es weiter geht ja ich habe keine ahnung wir was für eine falle we have no quarrels with you mordor open the gate to the master handball ich kann gar nicht Ich hab das gleiche in der Hand geblieben Das ist das, das ist das Ah, like a boss Der Michis Warte, das ist besser Ich kann es ja schon schaffen Ah, Yolo So Ja, einer kann wieder Okay, okay Befreit Ballfuß Ja, der typische Ballfuß Okay, okay Ich geh durch, ich geh durch Hier rüber Okay, okay Okay, okay, hochziehen, hochziehen Aaaaaaah Ja, nie Ja, nie Ja, nie Oh my god Ich geh durch die Flammen Ja Boah, die machen ja gar keinen Schaden Die Blauen machen gar keinen Schaden Die Kugel darf da bloß hinein Ja, ich weiß nicht, wieso Wann wird treu denn hier die ganze Zeit rum Wann wird treu denn hier die ganze Zeit rum? Das ist so inkompetent Ups Oh, ich bin tot Oh, ich bin tot Aber wir haben es weiter geschaffen Zum Maximum Ja Ja Okay, nicht die Kugel Was macht meine Kugel? Ja Geh weg von mir Geh weg Ja Wann ist denn als nächstes? Ah Ah Oh oh Ja Ja Ja, na gut, das war zu erwarten Es war zu erwarten Es war zu erwarten, ja Fack meine Mutten, ich musste das mal wieder reinfinden Wir wissen jetzt schon mal was wir so machen müssen wieder Ich hab jetzt schon wieder vergessen was wir so machen müssen wieder Ich hab jetzt schon wieder vergessen was wir so machen müssen Ich hab jetzt schon wieder vergessen was wir so machen müssen Ich wusste gar nicht Ich wusste nicht Ich wusste nicht Ich wette Ich wette Diesen Part werden wir jetzt noch mit mir mit dem Bust Ich weiß nicht Auf den Fall Ich hab mich auch nicht We have no quarrels with you Morda Wir bilden jetzt eine schöne Reihe her Na ja Wir bilden Immer schön in Reihe und Glied Aua aua No! Save me your little friend Oh Aua Ja Geht schon mal gut los Leute Herzlich Willkommen bei C&I Gaming Herzlich Willkommen bei C&I Gaming Herzlich Willkommen bei C&I Gaming Den wahrscheinlich inkompetentesten Verein We have no quarrels with you Morda Ja von Michael Wie war's schon in unserer Beschreibung Wie war's Michael? Wie war's Michael? Gämmig ist das nie wer Ich glaub ich muss die Zaun von dem scheiß Spiel mal leiser stellen Ich glaub ich muss die Zaun von dem scheiß Spiel mal leiser stellen Aaaaah Gämmig ist das nicht 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 Warum schafft ihr das nie? Ähm weil ich sie noch hier ein bisschen längst zu lassen Weil wir gleich nicht hier Warum pausieren wir das Spiel? Weil ich gerade den Zaun von leiser stellen Ah ok 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 Wir akzeptieren wir Ok Ok Ja Ja genau Schickt euch Hört auf Wie geht das? Ich will auch Einfach ein Escape Alter Ok Ok Ich auch Äh Leute Wir sind erstmal Ja wir sollten vielleicht warten Ja Ruhig dich Ruhig dich So Opa Komm wir erstmal heilen Heil Ok ok Hier unten Ich geh rüber Ich zieh Ok High 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 weg 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 da heilung heilung okay hier ja fast das war nicht so gut auf das ding 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 ich mach mal schaden doch irgendwie schon doch irgendwie schon wenn wir lagst du mich auch irgendwie von meinem swag weg oh mein gott achtung heilung wir brauchen heilung ich krieg ja aufs maul ja ungefähr jetzt aber wir haben die typen immer schon auf hälfte so weit haben wir es aber noch nie geschafft die kugel die kugel wenn ihr getroffen wird von dem scheiß blauzeug das ist richtig mies wir müssen wirklich die dinger zerstören okay wir haben noch kräftig ich glaube ich bin ich tot und ich bin auch gestorben warum standest du da nur rum weil ich noch nichts gesehen habe oh das war dumm von karl irgendwie warte sind lecker bei mir er springt und einfach volles rohr rein warte 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 wer warte naто ja ich habe jetzt nicht mal keinen jakiś Müste warte warte we 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 have no okay okay uta Warum müsst ihr denn immer sterben? Ohne Spaß, ganz ehrlich, ey. Geht nicht. Oh, das ist der Hase. Ja, ist doch kein Easy oder so. Ach, ich lebe noch? Bin ich. Du bist tot, Johnny. Ich bin dran und ich lebe. Ich bin dran und ich hab noch 20 leben und lebe. Ich lebe. Jetzt lebst, kannst du wieder lehnen. Drück mal Slice. Okay, das war ziemlich buggy. Okay, wir gehen runter. Du musst es runterziehen, runterziehen. Carl, Carl, zieh. Ja, Guster, ich hab gestorgen. Aua. Jetzt hab ich die Fähigkeit weggeschossen. Okay, hier runter. Okay, wo war es nächstes, okay. Ah, ah, ah. Okay, hoch, hoch. Okay, das war endlich ein angenehmerer Weg, als den wir jetzt noch mal haben. Wo, 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 wo. Ja, Carl hat wieder keine Anrufe hinlaufen. Ja, Mann. Okay, we got it. Okay, okay. Jetzt gleich ein bisschen. Das hier zerstört! Oh mein Gott. Ach ja, da war ja was. Schon wieder vergessen. Ja, komm mal runter, ey. Nein, wir sind in Köln. Ich kümm mich mal ein bisschen um die kleinen Küche. Wo bin ich? Ach da. Lass jetzt hier runtergehen. Au, au, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ja. Ja. I will survive. I will survive. Ist das nicht hier denn das Ding? Ach so, bis in der Stand? Ach ja, ich glaube ja. Der wird mir bis hierher kommen. Achtung. Der soll aber nicht hierher kommen, ich erwachs. Au, und rüber. Okay. Äh, ja. Ich bin kramierhaft. Alter. Oh, okay. Vielleicht von dem Ding. Wir haben sie nie im Gewehrmann-Experiment! Weiß nicht wo ich bin. Okay. Ich hab auf einmal einfach Boom, ne? Au. Oh mein Gott. Das Ding, ach das, oh mein Gott ist da oben, bin gezogen auf einmal. Ja. Also, äh. Oh Jani. Danke Jani, jetzt sind das nämlich drauf. Was ist der Eisblock? Eisblock! Eisblock! Der Kampf der Eisblock. Der Kampf, weil so lange er zuerst war. Doch, er ist halt eng. Jani ist blau, Jani schafft das. Jani rennt einfach nur rum hier. Ah, Blow. Da haben wir Ding, da haben wir da. Ich bin sowas von tot. Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, was wir so machen sollen, weil... Ach, das Spawn? Also das zweite Spawn scheint zufällig. Ja, random. Am besten wir stellen uns dann in die Mitte und laufen dann dorthin. Ja. Oder einfach gerade rum. We have no... Na. Guter Start, Karl. No, save your little friend! Oh, fuck, ich verliere Mission. Ah, Mission! Ja, ich hab Mission verloren. Ja, ich glaub, ich glaub, ich glaub... Vielleicht hat er noch zwei tun. Oh, das Spawn. Oh, das Spawn. Ich glaub, der Letzte kann es nicht schaffen. Ich glaub, das geht gar nicht. Der Letzte... Ich glaub, das können die alle vier durchmachen. Na klar kommen alle vier durch. We have no... Das Ziel von dem... Das Monus 10 von dem Level ist nicht zu sterben. Komm, jetzt... Jetzt kommen alle vier durch. Ich kann wieder nicht skippen. Niko! Save your little friend! Hält diesen Burst. Ich will hier doch jetzt mal rein. Scheiße. Oh, das ist fast. Ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich. Das wird ne... Das wird ne tolle Episode. Das wird ne richtige Fail-Combination. We have no... Ich kann wieder dünn bis jetzt gehen. Ich will nicht als Letzter. Okay, ich bin nicht dasselster. Niko. Niko! Save your little friend! Oh, Jani ist Lasers. Nein, da kommt der Kackling. Jani, komm! Auf! Schneller! 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 Jani! Out, Jani! Warte, wir wollen... Sollten wir uns nicht lieber noch heilen? Ja, warte noch. Nicht hier noch. Okay. He seeks to strike you through me. Runter. Ja, zieh. Ja, okay. Okay, zieh, zieh hoch. Ich wette, das Geheimziehen ist irgendwie von dem blauen Zeug keinen Schaden zu kriegen oder so. Hoch, 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 hoch. Okay, jetzt. Okay, warte, warte, warte. Jeder. Ah, schade. Oh. Okay. Okay. Ah, das erste scheint nicht random zu sein, ne? Ne, das erste ist immer hier. Der erste ist immer da, wo wir das letzte sind. Markierungen. Ich brauche Markierungen. Au, ich wurde weggefickt. Markieren, markieren, markieren. Ja. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, alle. Au, au, ich bin weggefickt. Au, ich brauche Heilung, Heilung. Ich bin tot. Willkommen zu meinem einen Ferren Experiment. Ja, 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 chill. Komm mal runter. Okay, Vorsicht, schacke. Ich glaube, wenn wir immer so angefangen haben zu spielen, dann haben wir es immer wieder scharf. Okay, das ist, keine Ahnung, wo wir zu spielen. Ich danke. Oh, oh, oh. Ich stehe da oben hinten, oben links. Ja. Süß. Oh, ich konnte noch rescuen. Ah, Jungs, ihr kennt mich. Was? Ich fühle mich dich. Ich hab's dort. Ich hab's dort. Alter Schwede, ey. Ich bin auch dort. Okay, vielleicht doch nicht. Verheilung. Er könnte eigentlich weggehen, wenn er durch, ne? Wir haben es nicht so schwer. You are insane, Mordor. Da oben nach oben, da ist ein Heal-Ding. What do you hope to achieve? Da oben nach oben. Welche zieht das Ding einfach ab? Im Mund, im Mund, im Mund. Im Mund, im Mund. Oh, Balthus! Der killt mich. Oh mein Gott! Wir haben jetzt einen Schotten-Helpen-Leben. Kein Plan, Mann. Äh, wir sollten vielleicht mal irgendwie die Kugel... Ich krieg... Ah, jetzt. Arnie, kannst du Markierungen setzen? Nein! 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 Es hängt! Es hängt! Oh mein Gott, ihr kriegt jetzt... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich wurde gerade einfach... Ich wurde gerade einfach totgebugt. Ich glaube, beim nächsten Mal will ich mal meine Fähigkeiten verändern. Ich glaube, ich will mal was anderes mitnehmen. Ich habe einen Plan. Wir müssen gleich auf der Forst aufnehmen. Es macht schon Spaß. Oh. Ja, ich bleib einfach länger wach. Karl, die Kompetenz-Bestie. Ja! Karl, die Kompetenz-Bestie. Karl, ist das eigentlich schon mal geschafft. Du musst erst mal Abschluss machen jetzt. Oh. Ach, scheiße, aber Abschluss. Echt mal, scheiße, aber Abschluss. Ja, echt mal? Alter, das ist das einzigste, was ich gemacht habe, als wir freie Zeit zum Lernen hatten. Zocken. Ja, zocken, ohne Spaß. Ja. Das hat jeder von uns gemacht. Ja. Das mache ich auch, aber trotzdem... Irgendwie möchte ich dennoch schocken. Also ich... Ja, das Problem ist, dass ich nicht das smartestste Mensch bin. Ja, ich auch nicht. Ich bin auch. Ja, nicht noch. Ja, nicht noch. Ihr habt euch gerade selbst als Nicht-Smart bezeichnet, weil ihr mir sagt... Er sucht, dich durch mich zu streichen. Ja, du bist ja auch nicht. Okay. Das ist verrückt. Es ist etwas. Es ist etwas. Hat es gerade bei mir und bei mir so gelegt, oder? Nein. Bei mir auch. Die du... Ah! Karl hat schon wieder so viel Damage durch nichts bekommen. Okay. Hat jemand Heilung hier? Nein. Okay. Auch einer. Okay, so. Wo bin ich? Ich wurde mal wieder rumgepackt. Komm zu mir! Mein Lieblingsperiment! Nein! Alter Schwede! Alter Schwede! Alter Schwede! Meine Frames hier gehen runter wie sonst was! Ich werde dich mit einem Arm tieb zu meinen Beinen! Ja, sterb! 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 Also er hat nicht viel Leben, so richtig fest! Ja, wir hatten schon Gegner, die hatten mehr Leben. Auch, auch, auch! Ich brauch Heilung! Er ist weg! Ich glaub es geht gleich wieder los mit dem... Oh mein Gott! Kugel, Kugel, Kugel! You are insane, Mordar! You are insane, Mordar! You are insane, Mordar! Ihr müsst die Kugel weg! Oh mein Gott! This fight is madness! We have no madness! Oh mein Gott! Ah, Lebensretarie! Was ist da? Alles in der Tat? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zieh! Zieh! Oh mein Gott! Ich bin tot! Oh mein Gott! Ihr klebt nicht durch! Okay, da oben ist noch eins! Michi, eins oben drüber! Oh! Jani, Jani! Ich brauch deine Hilfe! Gib halt die perfekte Kugel! Heilung! Wir müssen hier, hier oben noch! Ihr seht ihr's nicht? Nein, ich seh nichts! Da wo Michi gerade hinläuft! Ja, Michi, Michi, zieh! Nein! Zieh Karl! Lauf! Lauf! Oh mein Gott! Ich brauch Heilung! Ich brauch Heilung! Ich brauch Heilung! Robert! Okay, okay! Los, 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 los! Wo ist der nächste Schrein? Da ist noch einer! Das ist das Schrein! Ohne Spaß! Ich bin so ein Maximum verwirrt hier! Zieh, 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 zieh durch! Okay, ich zieh zurück! Geht's denn hin? Hier unten noch, glaube! Ja, genau! Los, los, los! Ich geh durch, ich geh durch, ich geh durch! Ich zieh! Ich auch! Jawohl! Wir haben die fünf Schreine! Okay, Markierung, Markierung drauf! Markierung drauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meine Frames! Wenn ihr die sehen könntet! Oh mein Gott! Die Kugeln! Die Kugeln! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So ein Knecht! So weit gekommen! Das war so schlecht von uns jetzt am Ende! Scheiße! Was hätten wir denn machen müssen? Ja, wir müssen den Schrein zerstören und dann den Kugel wegziehen! Ja, wir müssen so schnell den Schrein zerstören, sonst kriegen wir... We have no Corp! Ja, wir haben ihn gerade... Aber wir haben es da nicht weggezogen! Ja, wir haben ihn da nicht weggezogen! Ja, wir haben ihn da nicht weggezogen! Ja, ja, nee! Ich kann mal wieder nicht skiffen! Stopp, ne! Ich kann mal wieder nicht skiffen! Diggo! Save me your little friend! Ich kann wieder nicht skiffen gerade! Irgendwie ist es bei mir Buggy! Tut bei mir immer so eine Sequenz, die schlecht und ergreifend nicht beenden kann! Fuck man! Ich hab wieder vergessen meine Fähigkeiten zu wechseln! Hashtag Geilhund! Boah! Swag Robert! Yeah! Swag Bär! Ohohohohohoho! Ohohohohohohoho! Ah! Das ist alles geplant! Ich will sie eigentlich haben, Leute! In jedem komischen Hammer, Alter! Ich sterb das Mund noch nicht! So! Hammer Time! Yes! Hammer Time! Again fern! Was ist denn? Nein! 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 Nein, nein, nein! Alles geplant, wüsst ich. Oh, oh mein Gott. Wieso? Wieder ein, ja. Ich war fest, ich schleiß ein einiger Fett. Oder es ist getest, oder wenn man die Lars-Eckung ist. WECKOMMT TO ME, MEIN WÄHREN EXPERIMENT! Oh mein Gott, bitte. Ohohohohohoho. Ich hab' mich nicht mehr. Heilung? Irgendwer? Ähh... Da bin ich, ja da bin ich. Du musst dich bei mir aufhalten, wenn du gehalten werden möchtest. Ey, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich schichte zum Teil uns leere. Ja, und ich auch. Du bist verrückt, Mordar. Ja, ich bin tot. Ey, ich verliere voll den Überblick! Ihr müsst auch in die Kunde drücken. I'm studying how to fight for a kind of princess! Hast du Heilung? Alter, Alter, Alter! Alter, Alter. Alter, 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 Alter. Alter, 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 okay. Alter, Alter, okay. Wieso habt ihr nicht den nur oben als erstes gemacht? Ihr seid noch richtig, Alter! Halt auf! Hashtag geil. Da oben ist ein Heilding! Diese Kampf ist Madness! Wir haben keine... Ah, 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 ah! Ah, okay. Ah, okay. Ich will jetzt einfach kurz meine Fähigkeiten erlernen. Ah, scheiße. Das scheiß Gewitter bringt mir hier nicht viel. War doch das Richtige jetzt. Let it play! Der Dash? Ja. Ist du es denn, Janni? Okay, komm. Nee. Ich hab meine Fähigkeiten. Fertigkeiten. Was ist denn, Robert? Ne, gerade. So, ich tue das da hin. Ja, ich hab ne Karte. Fähigkeiten, wo kann's gehen? Fack, Mann, ey. Wir haben hier wieder Kompetenzlevel vom höchsten. Wir haben hier wieder Kompetenzlevel vom höchsten. Der Test hält zwei Kristalle bereit bei hinten mit denen. Ja, neue Fähigkeiten, ja. Vielleicht müssen wir auch erst die an... Vielleicht müssen wir auch erst ein paar andere Herausforderungen machen, um noch mal die längsten Fähigkeiten so falsch zu stellen. Vielleicht sind die mega Premium und helfen uns hier wie sonst was. Oh, die letzten werden wir nicht so schnell rankommen. Ähm. Ähm. Ja, ich bin ja nicht so. No! Save your little friend! Oh, Karl! Geh mir aus dem Weg! Alle haben überlebt, außer ich auch. Das ist bitter. Das ist ein Zeichen, Robert. Ich stehe voll daneben. Vielleicht mal in die richtige Richtung, Robert. Ich mach den Hammer, Dan. Ist jetzt... Oh mein Gott. Okay, jetzt können wir drauf an. Nur. Ich geh jetzt. Tschüss. Äh. Geh mir da. Okay. Let's go. Okay. Ah! Oh mein Gott. Ah! Ah! Oh Gott, Alter. Und... Let's fetz. Let's fetz. Du hast da was. Okay, und es ist da. Okay. Da ist der Typ. Da ist der Typ. Da ist der Typ. Come to me, my favorite experiment! Ah! Ah! Ich bin schon fast! Oh! Ich bin knapp. Ich glaube wir sollten das Kämpfen gegen ihn erst unterlassen, der Google. Ich glaube das nicht. Ich bin voll. 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 Die Position so gut ist. Das weiß ich. Nein! Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, du kattest du. Oh, geht's jetzt. Schneller, 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 schneller. Wir müssen das machen, bevor die Dinger wiederkommen. Ja. Ja. Okay. Ja, ja. Wenn wir den einfach tot wirsten. Okay, okay. Die schreien hier unten, hier unten, hier unten, hier unten. Hier, hier, hier. Okay, let's go. Oh. Hashtag headslauten. Hier, du. So, den willst du zuerst machen, okay. Oh, 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 oh. Okay, zieh. Zieh los. Danke. Scheiße. Arni! Arni, zieh! This fight is madness. We have no... Okay. Well, sorry. Oh, sorry. Das war jetzt mein Fehler. Zieh, zieh, zieh. Wir brauchen Heilung. Achtung! Keiner. Wo ist der letzte? Hier oben. Die Heilung mitnimm, die Heilung mitnimm. Das ist bloß Heilung. Oh my god. Okay, kommt der Lord zurück. Alter, was die FPS geht gerade so in den Keller. Hm. Bei mir schon. Die ganze Zeit. Oh, scheiße. Hat jemand Heilung? Ich... Kann jetzt. Okay. Hier oben hin. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ich bin... Ich bin so tot. Oh, 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 oh. Yes. Es läuft gerade aber. Wir haben ihn erst bei der Hälfte. Ey. Ich bin so tot. 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 Ach du Scheiße. Ja, die Kugel wurde die ganze Zeit angeschossen. Ich bin so tot. Ja, genau. Alter Schwede. Das ist echt so hart, das Game. Das geht gar nicht. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Jeder muss sich mal um den Google. Das ist kein einfachen Job. Das ist kein Ein-Man-Show. Das ist kein One-Man-Show. Ja, ich kann nicht. 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 Ich bin so tot. 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 Ja, wir haben die Gruppe. Du hast ein bisschen heal. Auch... Okay, das macht es nicht. Nicht von mir. Ich habe nur Eis. Ja, Eis. YUMMY 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 I got lava 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 He seeks to strike you through me! Also ich hab für immer zufrieden Steht sie durch? Weißt du was richtig episch wär? Wenn ihr die versteckte Quest wäre nur 10x die Kugel zu holen Oulzer! Geht raus! Läuft bei dir! Ich hab's dann! Oh oh oh! Oh oh oh! Etch etch! Und wo lauf ich denn wieder hin? Ahhhh Wie hat denn hier die Dings mitgenommen? Das ist mir ganz schön gefallen Aua ich bin jetzt schon beinahe gestorben Komm zu mir, mein favorite experiment! Niemand hier? Ahhhh Ich weiß nicht mal wo ich bin, noch da oben Dein Mist Ahhhh Oh my god Oh nochmal wieder dead gelagged Urspass, ne? Die FPS gehen hier so in den Keller Na ja erstmal Ahhhh 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 In 10 Sekunden kann ich spawnen Steel zur Stelle Ohhhh Nein geh weg Ahhhh You are insane Morda 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 Da mach du insane place Ja Jetzt zieh die Kugel schnell weg Schnell weg Ja Fuck Ja genau gegen die Lila Ja ihr seid so smart alter Oh ja War tot Jemand hier? Ich bin ja Ich heil doch gerade Ich bin alle die ganzen Zeiten long Deine Mama ist long Ich weiß Ich hab's nicht auf den Fallen Du hast keine Fass Okay Au Au Ich werd hier rumgespackt Ja okay ich bin tot Ja ich war Ich dachte eigentlich ich wäre da oben Aber DJ Michi du bist alleine Wo? Verplay'n doch Oh 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 ich hab zu wenig Leben Alter oh du Spaß ey Wie lange machen wir noch? Es ist so abnormal Es ist so abnormal Wenn du nicht mehr willst denn hier Ah das noch einen Versuch machen Einen Versuch Einen Versuch Okay Hashtag YOLO Hashtag YOLO auf jeden Fall Weißt du noch was beim letzten Boss Wo wir einen Versuch Und dann noch einen Versuch Okay noch einen Versuch Okay noch einen Versuch Nein aber ich möchte dann wirklich Okay Jani ist müde Verstehen wir Ego Save your little friend Wenn wir jetzt hier alle sterben Jani Gilt das als Versuch? Weiß ich noch nicht Egal sterben ja nicht Ich kann das auch karl Haha ich kann das auch karl So Wahnsinn Warum schickt sie uns? Keine Ahnung wie das Viecher ist Let's Gegen das Wind He seeks to strike you through me Heiß ich Mordor? Mordor Ach ja genau Mordor Ja Mordor Ja Mordor Mordor auf jeden Fall Sie haben seinen Namen von Sheldor auf Shitdor geändert Daumen hoch wer ist Cat Ja Mordor auf jeden Fall Ohohohoho Okay Haltung Nö und Glaub ich auch auch Alter die FPS gehen so in den Killers Ja das ist doch richtig Ja auch bei der FPS Nein komm Ich rede gerne bei der FPS Ich rede gerne bei der FPS Heilung FPS sind was schönes ja Hier Komm zu mir mein liebster Experiment Wo bin ich? Wo bin ich? Ach hier bin ich Was war das? Ich gehe mal die Kugel ein Stück zu euch Falls die da die Dinger wieder rauskommen Oh Ich habe studiert wie du deine Kindes Balthus Hier oben, hier oben gleich. You are insane Mordar. Wo bin ich? Oh Leute, Leute. Was war Michi? Zieh mich. Zieh mich. Runter, 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 runter. Zieh, zieh, zieh. This fight is madness. This fight is madness. THIS IS SPALDAR. Okay, okay, okay. Robert, zur Heilung. Ah, wo lauf ich denn schon wieder? 2 Sekunden. Ich bin tot. Fuck. Hier, gehen wir hier rum. Carl, zieh. Au. Sieht irgendwie so aus, als facken die sich selber weg. Hier unten? Da oben, da oben, da oben, da oben, nach oben. Mach Shaker doch Shaker, bitte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jani, hast du ein Heal? Boah, boah, boah. Nein, hab ich nicht. Ich hab ein Heal. Ja. Ja, what the fack? Blaue Zeug kam wieder. Schade. Ach, immer noch nicht geschafft ey. War aber ein guter Versuch heute. Und dann richtig. Ja, boah, das können wir hier vor Aufnahmen kommen. Das war nicht klar. Nein. Nein, das hat alles hochgeladen. Das hat alles hochgeladen. Alle Fails. Fails sind doch am witzigsten, oder? Das war nur für ältere Leute. Ja, 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 ja. Oh, Ferd. Ganz ehrlich, wir hätten den Counter machen sollen, wie oft wir den Boss verkackt haben. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Früher war so ein Counter. Death Counter. Nee, ihr wisst, ihr wisst. Wer wie oft gestorben ist, etwa. Ja, so ein Death Counter, genau. Doch, ich mach mich nicht hoch. Aha, okay. Naja. Wieder mal nicht geschafft. Okay, doch eigentlich wieder mal. Geht mich auf höchsten wie weh, auf jeden Fall. Das hat man ja gerade gesehen, ne? Ja. Janni, bist du morgen da? Ich sollte morgen Abend da sein, ja. Grafik was? Boah, ja, Penis. Ich bin aber erst am halb elf. Ich bin die Grafik mega Penis. Ja, da bin ich dann gerade weg, wahrscheinlich. Ah, okay. Wir finden schon wieder eine Zeit. Auf jeden Fall wird es wieder Forst geben. Und dann schaffen wir den Boss. Mit Ansage. Mit Ansage. Ui. Bis dahin, haut da rein und bis zum nächsten Mal. Mein Penis ist groß. clarg Linkin beimamm chase. Kannst du nur noch nach. Ich bin mit Amerik ナm likely. Auch hier bin. Ich bin mit neuen Räume.